auf geht es zum roten haus so wir haben die ruinen unter uns ich weiß jetzt auch nicht ob dieser weg den ich von ganzem anfang gegangen bin eigentlich immer noch der richtige war weil ich ja weiß nicht was bei diesen baumfahrt passiert ist von daher ach so da ist schon mal ein generator noch was aber hier ok mitnehmen kann ich es nicht da habe ich das gerade verpeilt ich kann es mal angucken anderen sachen habe ich meistens so und da können wir nicht da fehlt der griff so w we're one to talk this was your bright idea now they're already on to us that son of a bitches is one of them i can feel it fine we'll make sure come on it's almost on one of them who you're going to talk this was your bright idea now Oh, das ist wirklich f***ig. Oh. Aha, okay, das habe ich gerade verpennt auf gut Deutsch, Entschuldigung. Ja, genau, das anheben und dann habe ich dieses Teilchen, weil das brauche ich. Wie komme ich da oben hin? Also, ich brauche das Teil da unten, aber ich muss da oben hin. Und jetzt ist die Frage, wie komme ich da hin? Weil ich hier ehrlich gesagt gerade keine Leiter gesehen habe. Okay, da habe ich mich gerade sehr, da habe ich mich ausnahmsweise mal schleunen gestellt und das nicht vergessen. Achso, warte mal. Ich brauche hier diese komische Energiequelle. Ich bin eigentlich schon auf dem richtigen Weg, aber das Problem ist, ich brauche die Energiequelle. Okay, das war noch nicht ganz, wo ich hin muss. Ach, guck mal. Was ist denn? Aber nee, da bin ich gerade, äh, gegangen, ne? Okay, hier komme ich erst mal nicht lang. Ey, stopp, 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 stopp. Ah. Yes, baby. Ich finde das übrigens auch schade, da eigentlich, ich mache das immer wieder, ne? Dieses doppelte Anfassen, obwohl es eigentlich gar nichts bringt. So, dann machen wir das. So, dann machen wir so gesehen erst mal die Teilung. Dann hier hin. Ich habe natürlich beim Eingang das irgendwie vergessen und übersehen, bevor ich reingelaufen bin. Strom! Strom! Zauber. Achso, vielleicht sollte ich erstmal das machen. So, dann gehen wir da nochmal hin und nimmst noch ein bisschen Energie. Oh, da füllen die so gesehen wieder auf. Ei, 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 ei. Habe ich die nicht angemacht? Ich habe doch eben den Dings angemacht. Oder bin ich jetzt beknäckelt im Kopf? Was habe ich denn jetzt verpasst? Okay. Warum ist es denn eben ausgegangen? Ach, ich darf da nicht raus, oder was? Ah, ich depp. Komm, 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 komm. Ich brauche nicht zurücklaufen, ich depp, sondern ich brauche einfach nur... Ich kann ja auch wieder so gesehen diese... Äh... Diese Dings, äh, rückgängig machen. Also diese... Teilung. Oh, ich vergesse das immer. Ich sag ja, du musst gefühlt auf alles achten. So, dann hier. Oh, nun. Ach, warte mal. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Jetzt kann ich die Energie... Jetzt habe ich den Satz auch... Das Problem ist, ich habe nicht hingehört, wo er gesagt hat, ey, ey, ey. Das war natürlich mein Fehler, ey. So, jetzt gehen wir da hin. Drücken das. Ah, da ist das. Und unten durch. Sauber. Sehr schön. Dann mal rein in die gute Bude. Oh, Moment. Goddamn freaks. You think you're so special? You'll burn just like the rest of us. Jesus. Who the fuck is that guy? Nein, da ist, glaube ich, nichts mehr. Okay. Dann mal rein in die gute Bude, wa? Oh, da ist hier noch was. Ne, da komme ich gar nicht hin. The spirit of this place. The spirit of this place. It never stopped burning. Oh, das ist hier noch was. so oben guckst du hin da denkst du das geht da lang nein da musst du unten hingucken da siehst dass da auf einmal eine bank ist die dich aufhält okay let's see who you really are you fuck you want to give it a go be my guest nah this one's all yours like to think i'm more of the brains of the operation hey i got an idea why don't we or that yeah i'll work too i guess right what do we have here fuck i knew he was trouble security service that little shit that's no way to talk about a government agent comrade und das jetzt henry ist das fuck you don't know who you're messing with kid oh but i do i've spent a lot of time getting to know you thomas in fact you're kind of a pet project of mine oh yeah what's my speedo size funny guy oh i love this one you like it too comrade fuck you let's play a game it's called what makes thomas tick so oh god youtube ist nicht schon den strike auf mich zu kommen oder so oder beziehungsweise den dings und vermerkt dass das video weg ist oh they saw your potential and wanted to harness that but then the war's over in comes the heroic red army and they locked me up for years they do important scientific research find out what it is and what is that exactly ask your mom hey immer die gleichen sprünge you enjoy it don't you hurting people like those scientists what were you 18 i saw the photographs i know how to make a man hurt but i gotta say Ich habe mich beeinflusst. Schau mal. Ich werde dir eine Live-Demonstration geben. Und da bist du. Freie am Ende, aber immer auf der Runde. Und schau dich. Du hast fast es geschafft. Aber du musst diese Power Rangers wiederholen. Und auf wer? Auf deinem besten Freund, Richard. Du hast es kommen. Ja, ich weiß. Du willst eine Revenge, ich verstehe. Ich würde alles für mein Kind, auch. Aber was es geht? Ich lasse meine Kinder aus. Ich lasse meine Kinder. Ja. Wie viel Schmerz würdest du dir, um sie sicher zu halten? Was würdest du für sie für sie? Ihr Freiheit, vielleicht? Ich lasse meine Kinder. Ich lasse meine Kinder. Das ist das, was ich dachte. Ich lasse dich. Ich lasse dich. Aber erstes, ich möchte, du erzählst mir alles über diese Power Rangers. in den letzten Jahren. Dann schaue es! Komm schon! Enough of this sissy shit! Hit me! Ich dachte, du würdest nie fragen. Das ist gut gemacht, Alter. All das Actionfilm-Movie. Hier geht uns. Das ist gut. Ich lasse dich. Ich lasse dich. Was? Warte, dues Spirits. Zeit ist weg. Warte, du bist. Warte, du bist! Warte, du bist! Warte, warte. Warte! Warte, du bist! Warte, du bist! Warte, du bist! Jetzt können wir sein Gehirn kaputt machen? Ui, ei, 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 ei. Oder? Da hat das... Der Typ hat das Haus angesteckt, obwohl hier ja noch alle drin waren. Okay, gotta move fast. Thankfully, this place has a way of messing with the time flow. I still got a chance to save them. All work and no play, are you, Henry? Alright. Let's see what makes you tick. No way across. Guess I'll just make my own. Ach so, musst du das machen. Okay. Ja, das haben wir, glaube ich, erkannt. Haben wir jetzt mitbekommen. Wo ist man lang? Ach, wir können nur hier lang, oder was? Okay. Das wird interessant. What? Ciao. 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 Ciao.